Und da sind wir mal zu einem Neverwinter Guide. Wir werden jetzt alle zwölf Orte finden von den Schulter Schatzkarten. Ihr seht jetzt eine Schatzkarte mit zwölf Bildern. Leider ist YouTube ein bisschen beschränkt. Ich kann leider nicht jede einzelne Karte verlinken, aber ihr seht eine Nummer neben ihrer Karte. Und diese Nummer ist gleichzeitig das Video mit der gleichen Nummer. Und ja, so werdet ihr es einfach leicht finden. Einfach unterscrollen, Videonummer zum Beispiel zwölf auswählen und die zwölfte Schatzkarte auf dem Bild finden. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Zlawos. Bis dann. Tschüss.